Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Marktausblick. Ja, wir haben eine spannende Woche hinter uns, viele, viele Daten, die gekommen sind. Nächste Woche geht es genauso weiter. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Nächste Woche ist nochmal der fett Zinsentscheid, worauf wir jetzt nochmal achten werden. Und es kommen eine Menge an Daten. Wir haben diese Woche schon eine leichte Erholung des DXY, also des US-Dollar, gesehen. Unsere Forex-Positionen laufen ganz gut. Und ich habe euch ja gesagt, dass ich short gegangen bin. Darüber werden wir auf jeden Fall im heutigen Video mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Wir werden natürlich auch auf Gold, den DAX und auf Krypto gegen Ende dann auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Bevor wir hier durchstarten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, kommentiert schon mal unten. Ob ihr denkt, dass wir noch eine kleine Jahresendrallye bekommen oder nicht, unterstützt natürlich auch den Algo. Und ansonsten kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und nochmal hier für alle als kleiner Tipp, Cardano, ich habe gerade 100%, also den Anfangsposition aus der Position rausgenommen. Wir sind hier über 100% im Plus. Das heißt, und ihr kennt meine Altcoin-Strategie, sobald eine Position über 100% im Plus ist, nehme ich mal einen Einsatz raus. Investiert ihr vielleicht in Bitcoin oder Sonstiges, werde ich mich noch nicht gerade dazu äußern. Aber wollte ich euch nur mal hier gerade am Rande mitteilen. So, und jetzt gehen wir aber rein in die Analyse beim DXY-Traden. Wir sind momentan bei knapp 104. Wir sehen, die Erholung hat genauso stattgefunden. Jetzt noch nicht in diesem impulsiven Ausmaß, wie wir es letzte Woche besprochen haben, aber die Erholung ist im Gang. Hier unten war die Long-Position, die mittlerweile, wenn wir uns das jetzt mal prozentual angucken, nach jetzigem Stand mit 0,7% im Plus ist jetzt noch nicht der Burner. Aber wie gesagt, wir haben hier oben immer noch unsere kleine Ineffizienz, die nächste Woche gegebenenfalls geschlossen werden konnte. Also hier brauchen wir uns jetzt nicht länger aufhalten, für mich ist weiterhin der Weg klar, wir nehmen Take-Profit 1. Also für alle, ihr solltet Take-Profit 1 genommen haben, Stop-Loss-Entry, den zweiten Take-Profit werden wir dann hier kurz vor dieser Ineffizienz nehmen. Also das heißt bei 104,6 und dann nochmal hier oben bei knapp 105,3, um die Ineffizienz zu schließen. Ansonsten läuft es hier, genauso wie wir uns darüber unterhalten haben, wie gesagt noch nicht zu impulsiv, kann aber wie gesagt alles noch kommen. Und dann schauen wir uns gleich mal den Gegenpart an, weil da läuft es jetzt auch relativ gut, muss man ehrlicherweise sagen, beim Euro gegenüber dem US-Dollar. Wir haben unser letztes Take-Profit-Signal hier unten erreicht, bei den 1,0726, wurde perfekt die Ineffizienz hier unten gefüllt. Und von hier aus können wir jetzt nächste Woche mal überlegen, ob wir hier gegebenenfalls einen kleinen Hedge aufmachen. Also Position, alles perfekt gelaufen, nachdem wir hier oben ins Golden Pocket sind, kam die Korrektur, hier mal ein bisschen Struggle gehabt, wo ihr euch letzte Woche vielleicht daran erinnern könnt, dass wir hier den zweiten Take-Profit genommen haben und den dritten halt jetzt eben hier unten in dieser grünen Zone. Da warte ich aber jetzt wie gesagt nochmal ein bisschen ab, wie so die Woche ein bisschen verläuft, ob wir hier überhaupt den Hedge nochmal reinmachen oder ob das Ding hier möglicherweise, da gehen wir jetzt mal auf den Daily-Time-Frame ganz kurz, oder ob wir hier möglicherweise jetzt eine bearische Struktur gebildet haben. Wir sind oben am Golden Pocket rejected worden, sollten wir jetzt hier noch unter dem Bereich von 1,065 Euro drunter fallen, ist das meiner Meinung nach absolut bearisch und wir könnten hier einen absoluten Trendwechsel in Richtung weiterhin Parität starten. Und da kommt es jetzt nächste Woche ganz, ganz stark auf die Zahlen an, die wir uns jetzt auf jeden Fall gleich anschauen werden. Gehen wir gleich rüber zu den Stockmärkten. Wie sieht es dort aus? Hier habe ich euch ja gestern und da gehen wir jetzt mal in einem 4-Stunden-Time-Frame. Hier habe ich euch gestern mitgeteilt, wo haben wir die Telegram-Gruppe hier, dass ich jetzt, bin jetzt in allen Märkten short. Hat natürlich auch mit den News gestern zu tun, die mal wieder ein bisschen besser ausgefallen sind als erwartet, aber gut. Soll nichts zur Sache tun. Auf jeden Fall gestern, wie gesagt, mitgeteilt, dass ich in allen Stockmärkten, das heißt Dow Jones, S&P 500, Nasdaq und DAX, das erste Mal short eingestiegen bin. Die Position derzeit relativ auf Break-Even, weil sich das hier in diesem Zeitraum, sag ich mal, stattgefunden hat, beziehungsweise minimale Minus, aber wie gesagt, diese leichte Konsolidierungsphase hier, mir gefällt dieser ganze Markt einfach momentan nicht. Es hat sich zu letzter Woche komischerweise nicht viel geändert. Wir sind in dieser riesigen Seitwärtsphase auf Daily-Sicht, sind wir nicht mehr weit von unserem All-Time-High entfernt. Also das heißt, die Märkte haben sich zumindest hier im Dow Jones, wenn wir uns den gerade angucken, überhaupt nicht verändert. Der Markt ist immer noch allergleichen wie letzte Woche, meiner Meinung nach absolut überhypt, meiner Meinung nach absolut zu viel Fake Money in diesem Umfeld da derzeit drin. Also es macht überhaupt keinen Sinn, weil die Zahlen es nicht hergeben, die wirtschaftliche Lage gibt es nicht her und es gibt einfach gar nichts her, warum diese Kurse so extrem einfach derzeit steigen. Ich habe euch, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche mal die Credit Debs gezeigt, das heißt, die Leute zahlen ihre Kreditkarten mit Kreditkarten und diese wiederum zahlen sie mit ihren Kreditkarten. Also ihr wisst, absoluter Bullshit, was da draußen losgeht. Deswegen, ich bin hier weiterhin short. An dieser Ansicht hat sich nichts geändert, heißt aber nicht, nur weil ich jetzt hier jetzt wieder short bin, dass ich längerfristig hier bearish bin. Ich glaube nächstes Jahr, und da werden wir gleich mal nochmal drauf gucken, dass wir nächstes Jahr trotzdem noch eine weitere Rallye sehen könnten. Ich rechne jetzt nicht damit, dass wir hier diesen abnormalen Crash kriegen, von dem alle seit drei, vier Jahren reden. Davon rede ich nicht. Ich rede von einer ganz normalen Korrektur, die sinnvoll wäre in diesen Märkten. Gehen wir rüber zum S&P 500. Auch hier haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen, dass Short für mich weiter in Planung ist. Und nachdem sich diese Woche nichts wirklich weltbewegendes bewegt hat, habe ich mich dann eben gestern dazu entschieden, auch hier jetzt erst einmal in Short zu gehen. Wir sind auch hier nicht mehr weit von unserem Alltime High entfernt. Wir haben jetzt die Liquidität hier über diesen Hoch drüber abgeschnappt. Wir haben nicht drüber geschlossen und das ist dann auch wieder so ein Zeichen für mich, okay, für mich jetzt erst einmal Short. Technisch gesehen würde ich sagen, mit einem Stop-Loss, Entry war glaube ich hier bei 4.600, werden wir auf jeden Fall hier in die Region um, ich sage jetzt mal, 4.660 gehen. Das heißt, ein Risk von 1,33%. Finde ich absolut human dafür, dass wir hier ein deutliches Downside-Potenzial auf jeden Fall haben. Also das Setup bleibt so mit 4.660 erst einmal. Schreibt euch das auf oder setzt euch gleich in den Stop-Loss rein. Das werden wir auf jeden Fall erst einmal so lassen. Aber ansonsten, wie gesagt, auch hier hat sich zur Analyse letzte Woche überhaupt nichts getan. Wir sind weiterhin absolut unnormal unterwegs einfach. Für mich aber trotzdem erst einmal Short hier. Gehen wir zum Nasdaq. Auch hier, im Gegensatz zu letzter Woche, seht ihr auch, nichts geändert. Wir sind jetzt hier seit ungefähr 16.020 Punkten. Müssten wir jetzt hier Short sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche und von der Uhrzeit her weiß. Hier zweck Stop-Loss bin ich mir noch ein bisschen uneins. Ihr seht hier diese 2,47%. Es ist aber auch dann nicht mehr weit zum All-Time-High bei knapp 3,88%. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns hier gegebenenfalls noch so ein kleines Doppeltop holen in Richtung 16.200 Punkte. Aber dann auch hier eben diesen Turnaround machen. Zweck Stop-Loss. Müssen wir mal, bin ich noch nicht so richtig uneins. Aber ich würde sagen, dass wir hier den Stop-Loss auf jeden Fall in Richtung 16.400 Punkte legen müssten. Hat einfach den Aspekt, wir haben hier noch eine kleine Ineffizienz. Und wir haben hier auf jeden Fall eine fette Supply Zone, die sich der Markt dann möglicherweise noch holen könnte. Ich hoffe es nicht und rechne damit wirklich eher, dass wir hier jetzt erstmal eine kleine Kehrtwende machen. Wir haben Bearish Divergence, wir sind absolut übergekauft. Volumentechnisch sind wir jetzt auch nicht mehr so der Burner unterwegs. Also ich weiß nicht, wir haben ja alles die letzten Wochen immer so besprochen. Und ihr seht ja einfach hier, derzeit wir befinden uns einfach in einer größeren Seitwärtsphase. Es tut sich relativ wenig, Akkumulationsphase oder eben auch, wie ich es die Woche schon mal, glaube ich, im Video gesagt habe, eine Art Rounding Top. Müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen im Auge behalten. Aber derzeit, wie gesagt, bleibt alles beim Alten. Jetzt gehen wir mal ganz kurz zu den News rüber. Was steht an diese Woche? Also Montag relativ ruhig, aber dann der Dienstag. VPI-Daten, ja, da wird, denke ich mal, Weihnachten und sowas, ich weiß nicht. Ich traue diesem Markt, wie gesagt, momentan nicht. 4% ist die Prognose. Schauen wir mal, ob das wirklich so bleibt oder ob wir möglicherweise eine bösere Überraschung sehen. Das könnte dann die Märkte natürlich komplett unter Druck setzen. Vor allem, wenn die VPI-Daten in der gleichen Woche kommen, wie einfach der FED-Zinsentscheid, der uns dann am Mittwochabend erwartet. Natürlich dann auch die Zinsprognosen für ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Das könnte nächste Woche noch mal kurz vor Weihnachten, sage ich mal, eine extrem spannende Woche werden. Vormittag oder nachmittags, besser gesagt, um 14.30 Uhr kommen dann noch die Erzeugerpreise auf uns zu. Also auch hier erst die VPI-Daten am Dienstag, dann die Erzeugerpreise. Am Abend kommt dann noch der Zinsentscheid, der FED, der bei 5,5% bleibt. Also das ist ja die Range, wo wir uns schon die ganze Zeit befinden. Donnerstag Erstanträge, Folgeanträge, Arbeitslosenhilfe, Einzelhandelsumsätze. Also diese Woche wollen die uns noch mal richtig in den Arsch. Ihr wisst schon, was ich meine. Also diese Woche könnte über vieles, vieles entscheiden, könnte auch dafür sorgen, dass wir eben unsere Korrektur dann langsam mal bekommen. Und wie gesagt, FED-Zinsentscheid am Mittwoch, das ist eingepriesen. Schauen wir mal so ein bisschen auf die Prognosen, auch im Januar. Und im März wird dann das erste Mal mit einer kleineren Zinssenkung gerechnet. Und das ist ja auch das, was wir auch öfters mal besprochen haben, dass Richtung März oder sowas dann möglicherweise Zinssenkungen kommen könnten. Wir haben das Halving, wir haben möglich einen Spot-ETF. Das könnte entweder die Märkte komplett zum Ausrasten bringen, weil Zinssenkungen, billigeres Geld und sowas. Oder eben dann zu einem größeren Crash führen. Ich rede jetzt nicht von Krypto, ich rede von Stockmärkten. Aber gut, das steht auf jeden Fall diese Woche an. Und wie gesagt, könnte uns dann hoffentlich zu diesem gewünschten Turnaround bringen, bevor wir dann einfach die Reise nach oben hin fortsetzen. Das könnte ein kurzer Dämpfer sein, aber möglicherweise, wenn sogar die Inflationszahlen besser sein sollten als erwartet, weiß ich auch nicht. Dann werden wir wahrscheinlich hier noch dieses Jahr ein neues All-Time-High sehen. Aber gut, für mich alles derzeit einfach short. Gehen wir rüber zum DAX. Auch hier neues All-Time-High diese Woche. Und was soll man dazu sagen? Wir haben kein Wirtschaftswachstum. Wir haben kein Wirtschaftswachstum. Wir haben ein 200-Milliarden-Paket, was nicht rechtens ist. Wir haben ein 60-Milliarden-Paket, was nicht rechtens ist. Wir verschenken 100 Millionen in die Länder, in die Länder und die Länder. Aber der DAX kriegt sein neues All-Time-High. Kann mir das jemand auf normaler, seriöser Ebene irgendwie erklären? Ich nicht. Also gut, deswegen, wie gesagt, bin ich jetzt auch hier gestern noch short gegangen. Das war Position, das hier eröffnet worden ist bei 16.680 rum. Also in diesem Preisbereich hier, da machen wir auch mal eine kleine Linie rein, damit wir uns hier richtig verstehen. Das müsste so ungefähr der Post gewesen sein, den ich dann gestern Nachmittag noch abgelassen habe. Bearish-Divergence momentan noch nicht der Fall auf Daily-Sicht. Wir schauen uns mal den 4-Stunden-Time-Frame an. Hier kriegen wir zu langsam, aber sicher auf dem 4-Stunden-Time-Frame diese mögliche Divergenz jetzt erst einmal rein. All-Time-High für mich absolut unbegründet, bin ich ehrlich. Also macht für mich keinen Sinn. Vor allem, dass der DAX sein All-Time-High eher knackt als ein Dow Jones, ein S&P 500 oder ein Nasdaq. Ergibt für mich noch weniger Sinn. Aber gut, lassen wir es so stecken. Wir sind auf jeden Fall in einem absoluten Aufwärtstrend. Ähnelt ein bisschen so wie dem Bitcoin-Chart derzeit, aber irgendwann wird dieser Trend auch gebrochen. Und ich glaube auch, dass das nächste Woche der Fall sein sollte. Deswegen auch hier erst einmal kleine Short-Position hier offen. Wir schauen mal vom Risk her. Würde ich hier auf jeden Fall über die 17.000 Punkte drüber gehen. Das heißt, Risk von 2,4 Prozent derzeit. Ich glaube nicht, dass wir die 17.000 Punkte einfach so dermaßen durchbrechen. Außer wir kriegen nächste Woche Inflationszeiten, dass wir keine Inflation mehr haben oder sowas. Kann ja auch kommen. Aber wie gesagt, auch hier bin ich erst einmal Short. Und ersten Take-Profit wäre hier unten auf jeden Fall mal das erste Gap bei ungefähr 16.350 Punkten. Über die nächsten werden wir uns dann im Laufe der Woche auf jeden Fall mal Gedanken machen. Aber diese Bewegung, absolut unnatürlich, nicht realistisch, macht wirtschaftlich keinen Eindruck. Und dabei bleibe ich auch, ist mir egal, ob mir irgendjemand jetzt... Bis jetzt hat mir noch keine Argumente genannt, warum es einfach passiert. Also das ist ja mal das Nächste. Aber gut, ruhig bleiben und nimm den Scheiß mit. Ich meine für die Spot, für die ganzen Aktien etc. pp. ETFs läuft es natürlich gut, freut mich. Aber wie gesagt, aus Tradersicht blutet da, was da momentan ein bisschen passiert, so ein bisschen mein Herz auf jeden Fall. Gehen wir rüber zu Gold. Auch hier muss ich dazu sagen, also einerseits, wir hatten sechsten Take-Profit erreicht. Der sechste Take-Profit war, glaube ich, hier bei 2060 US-Dollar. Aber wir haben ein neues All-Time-High erreicht. Ihr wisst, wie viel Geld man braucht, um Gold zu bewegen. Das teuerste Asset der Welt nach Market Cap. Schafft einfach mal so eine... Wenn wir uns das mal ganz kurz angucken innerhalb vom... Ja komm, wir machen mal einen Daily-Time-Film. Innerhalb eines Tages hatten wir hier einen Range von 6%. 6 fucking Prozent innerhalb eines Tages bei einem Asset, was Milliarden braucht, um es zu bewegen. Stocks am All-Time-High, DAX am All-Time-High, Gold wird in Krisenzeiten gekauft, Gold holt sich ein All-Time-High. Gold braucht scheiße viel Kohle. Wo kommt diese verdammte scheiß Kohle her? Sorry für meine Ausdrucksweise, aber es ergibt einfach keinen Sinn. Ich kann es hundertmal in diesem Video sagen. Erklär mir diese Zusammenhänge. Normalerweise, und das ist ja auch hier widerlegt, wir hatten Ukraine-Krieg. Markt ist nach oben gepumpt. Stocks nach unten, alles okay. Wir hatten jetzt hier in dieser Phase Nahost-Konflikt, der sich zum Glück langsam beruhigt. Es sterben trotzdem immer noch genug Menschen, aber anderes Thema. Gold pumpt extrem. Märkte pumpen immer, immer weiter einfach noch obendrauf. Ergibt keinen Sinn. Ich bin hier ehrlich gesagt noch nicht in einer Short-Position. Das ist der einzige Markt, dem ich momentan noch nicht short eingestellt bin. Hat einfach den Aspekt, ich hoffe, dass wir hier oben noch irgendwie die Liquidität hier versuchen, zwischen 0,5er und eben im Golden Pocket uns hier noch abzugreifen. Wir haben die Long-Position noch offen. Je nachdem, was zuerst kommt. Sollten wir hier oben diesen Preisbereich nochmal erreichen, im Laufe der nächsten Woche, werden wir hier nochmal eine kleine Short-Position probieren, weil wir ja dann die Long-Position noch offen haben mit mittlerweile 6 Take Profits, also die Position Bombe gelaufen. Ansonsten geht es dann hier jetzt eher darum, wo verdoppeln wir unsere Position. Und dafür müssen wir jetzt erstmal hier möglicherweise den Preisbereich zwischen 1980 bis ungefähr 1940 US-Dollar im Blick behalten. Das sind so die zwei Zonen, wo ich sagen würde, okay, hier können wir darüber nachdenken, ob wir unsere Position irgendwie wieder verdoppeln und dann möglicherweise diese Rallye nach oben hin weiter hinnehmen. Ich glaube, Gold ist immer noch, und das sage ich ja auch schon seit ungefähr 1, 1,5 Jahren, Gold ist immer noch ein guter Hedge für die gesamten Märkte, meiner Meinung nach. Weil die Märkte nicht gesund sind, früher oder später, eine kleine Beimischung sollte immer in Gold drinnen sein. Und ich glaube, da lohnt sich eine Akkumulation und dass wir hier noch nicht das Ende der Fahnenstange gesehen haben. Sollte klar sein, ich rechne da auch nächstes Jahr mit neuen All-Time-Highs. Ich rechne nicht mit einer riesenglobalen Wirtschaftskrise, aber einfach mal so ein bisschen in die Distanz blicken. Das Jahr 25, 26, 27, da stehen einige Ereignisse an, die kommen. Und ich glaube, da mit so einem Weitblick sollte man auch ein bisschen Gold in seinem Portfolio drinnen haben. Apropos Gold, kommen wir zum digitalen Gold, kommen wir zu Bitcoin, momentan bei 44.000 US-Dollar. Auch hier eine sehr, sehr starke Korrelation zu den Aktienmärkten. Auch hier eine lange Seitwärtsphase. Wir hatten hier eine kleine Korrektur, die dann bis ungefähr 43.000 US-Dollar ging. Oder was war es in der Spitze? Ja, knapp 43.000 US-Dollar ging diese Korrektur. Ansonsten hat sich diese Woche wenig getan. Sehr, sehr bearish war dann gestern hier noch dieser Schuss nach oben bei 44.700 US-Dollar, weil wir hier einfach dieses Hoch jetzt einfach abgegriffen haben, Liquidität geholt haben. Das könnte jetzt erst einmal hier zu so einem kleinen Doppeltopf führen. Und ich bin weiterhin davon überzeugt, wir haben hier unten auch noch so ein kleines Gap bei 39.000 US-Dollar. Für mich ist diese 39.000 US-Dollar-Marke möglicherweise die letzte Entry vor einem richtigen Bullrun, beziehungsweise vor dem Spot-ETF. Warum? Man muss sich jetzt auch mal überlegen. Wir haben jetzt morgen, heute ist ja Samstag, morgen den zweiten Advent. Der dritte Advent, dann nächste Woche, könnte dazu führen, okay, wir kriegen bei Bitcoin möglicherweise die Korrektur. Und die letzte Woche vor Weihnachten, also die übernächste Woche, wir haben nächste Woche natürlich noch eine Menge Zahlen und sowas, könnte dann dazu genutzt werden, um Positionen aufzubauen. Letzter Handelstag ist der 22.12. Die Märkte fangen, glaube ich, erst am 26. oder 27. Ich glaube in den USA-Tag eher wieder das Handeln an. Der Spot-ETF kommt wahrscheinlich zwischen dem 5. und 10. Januar auf uns zu. Das heißt, die Leute, die Insider-Wissen haben, müssen ihre Positionen eher aufbauen. Es sind so viele Long in diesem Markt, momentan bei Bitcoin. Ich hoffe, ihr folgt mir alle. Es sind so viele Long, diese nochmal auszuschütteln. Dann durch eine möglicherweise ugly Side-Hats-Fase sogar bis 37k und hier ein bisschen konsolidieren lassen. Wir müssen jeden möglicherweise bearish machen und dann kommt diese komplette Schuss-Candle nach oben, die uns dann zu einem möglicherweise neuen All-Time-High führt. Wir haben natürlich noch diesen massiven Widerstand hier oben zwischen 48. und 51.000 US-Dollar. Dort liegt unser Golden Pocket in dieser Range. Aber sollte ein Spot-ETF kommen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da so eine FOMO entsteht, dass ein All-Time-High absolut im Bereich des Möglichen auf jeden Fall drinnen ist. Und dann sind meine nächsten Kursziele irgendwo hier zwischen All-Time-High und 83.000 US-Dollar. Ist nur so ein Gedanke, der mir ein bisschen so im Kopf rumschwirrt. Möglicher Fahrplan so für die nächste Zeit. Behaltet es mal ein bisschen im Hinterkopf, aber unwahrscheinlich halte ich es nicht, nächste Woche hier nochmal eine Korrektur zu sehen und dann den ganzen Schuss komplett nach oben hin zu ballern. Und dann, wenn der eigentliche Spot-ETF zugelassen wird, dann eine kleine Trendwende zuzulassen. Warten wir mal ab, gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Und das war es auf jeden Fall von mir. Und ansonsten hören wir uns dann morgen früh zu einem kleinen Update-Video wieder. Bitcoin korrigiert gerade ein bisschen, freut mich auf jeden Fall für die Short. Und ansonsten hören wir uns morgen wieder. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und ja, dann bis morgen. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.